Spaziergang Video durch unsere Garten Also mal damit angefangen, dass hier ein kaputten Karren steht, der ist mir So, jetzt wahrscheinlich kommt in jedem Gärtner, der dieses Video sieht, eine Horrorschäube Aber für mich ist das einfach nur Natur Also nur, wir sind nur Menschen und das ist die Macht in der Natur Uuuuh Da ist eine am Walnuss sammeln, wovon wir da langsam runtergekommen sind So, da hat es wieder Der kann jetzt den Nächsten sagen So, noch mal ein bisschen Aus und da noch mal Ganz viele, viele, viele Und, ja Da haben wir ein bisschen Erdbeere, die da wild wachsen Ein bisschen, ich weiss auch nicht, was da wächst Die Pflanzen, und jetzt fangen alle mit dem Garten an Da haben wir jetzt gerade ganz viele Blünen gerade Die meisten langsam weg Do you see the beach? Do you see the beach? Hu 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 Ja. 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 Genug Bienen. Die haben wir vorher auch schon gesehen. Juuu. Hoi. So. So, da haben wir noch ganz lustige Pflanzen. Die haben irgendwie zwei Arten von Blättern. Und zwar diese hier. Und 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 die kommen alles im gleichen Baumstamm. Und zwar. Und zwar. Der. Und wir haben weiter unten geschaut. Die kommen wirklich alle aus dem gleichen Stamm. Ja, ja. Juuu. 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 Das war's für heute. 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 Vines. Rose. Whoa. Whoa. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. Grapes. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. 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 Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.